Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt GNOX ein komplettes Sortiment an Dunstabzugshauben für die Welt der Profiküchen. An der Spitze der Technologie im Bereich der selbstreinigenden Hauben steht das revolutionäre Modell Performer. Es kombiniert den GNOX Tonko Gelfilter, der jegliche Fettpartikel in allen Sauggeschwindigkeitsstufen zurückhält, ein völlig autonomes und automatisiertes Reinigungssystem, das lediglich mit kaltem Wasser betrieben wird, sowie eine biotechnologische Lösung, die völlig neutral für die Umwelt ist und die traditionelle Seife ersetzt. Im Gegensatz zu allen anderen Filtertypen garantiert der Performer Filter eine sehr hohe Effizienz, unabhängig von der Sauggeschwindigkeit. Bei Systemen mit Preiplattenfiltern ist es hingegen nicht ungewöhnlich, dass diese Filter vollständig mit Fett verstopft sind. Mit der Performer Haube erzielen wir ein beeindruckendes Ergebnis. Das gesamte Fett wird im GNOX Tonko Gelfilter aufgefangen, wodurch ein sauberes Kanalsystem und ein sauberer Lüfter das ganze Jahr über gewährleistet sind. Die Vorteile hierbei sind keine regelmäßige Wartung der Haubenfilter, keine kostspielige Wartung des Kanalsystems und unerreichter Brandschutz. Dank des zertifizierten GNOX Filters wird die Wartung der Lüfter vor Filter auf ein Minimum reduziert, was die Lebensdauer ihrer teuren Lüftungsanlagen erhöht. Unser GNOX Filter wird jeden Tag durch ein vollautomatisches System gereinigt und gewährleistet somit die einwandfreie Funktionalität der gesamten Anlage. Im Gegensatz zu herkömmlichen selbstreinigenden Hauben, die Warmwasser und Seife verwenden, werden die Filter der Performer Haube nur mit kaltem Wasser in Kombination mit der exklusiven biotechnologischen Lösung EcoClean gereinigt. Das macht die Performer GNOX Haube zur wirtschaftlichsten und ökologischsten selbstreinigenden Haube auf dem Markt. Sehen wir uns den Hauptlüfter genauer an. Dank der Performer GNOX Haube sind die Lüftungskanäle vollkommen sauber und fettfrei, was die jährlichen Wartungskosten der lufttechnischen Netze erheblich, wenn nicht sogar vollständig, reduziert. Da kein Fett vorhanden ist, wird die Brandgefahr und die Brandausbreitung erheblich verringert. Die Lebensdauer der verschiedenen Filtertypen, die den Hauptventilator schützen, wird beträchtlich verlängert. Das Fett wird zu 100% gefiltert. Das System ist vollautomatisch, ökologisch und wirtschaftlich mit einer Amortisationszeit von drei bis fünf Jahren. EcoAzure – das fortschrittlichste On-Demand-Lüftungssystem auf dem Markt, das sich sowohl an neue als auch an bereits vorhandene Hauben anpassen lässt. Wenn EcoAzure Ihre Lüftungsanlage bedarfsgerecht in Echtzeit regelt, reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch, Ihre Treibhausgasemissionen und verbessern den Komfort Ihrer Mitarbeiter. Das EcoAzure Steuerungssystem besteht aus einem Netzwerk intelligenter Sensoren, die den Kochprozess unter jeder Haube kontinuierlich überwachen und die Informationen an einen Hub weiterleiten, der wiederum mit dem Zentralrechner des EcoAzure kommuniziert. Der Controller analysiert die Sensordaten in Echtzeit, errechnet die optimalen Luftstromraten und steuert die Lüftungsgeräte. Es werden mehrere Parameter berücksichtigt, wie zum Beispiel Betriebsstunden der Küche, Lüftungsmodi, Meldungen des Gebäudemanagementsystems, Einschränkungen beim Luftausgleich, Druck und mehr. Mit EcoAzure können Sie Ihren Energieaufwand folgendermaßen reduzieren. Wenn die Kochgeräte zu Tagesbeginn eingeschaltet werden, steigt die Temperatur in der Haube langsam an. EcoAzure steuert die Absaugung mit einem minimalen Luftstrom. Da die Kochaktivität im Laufe des Tages schwankt, passt EcoAzure die Belüftung kontinuierlich an, um den optimalen Luftstrom zu erhalten. Wenn Ihre Küche mit mehreren Dunstabzugshauben ausgestattet ist, die an einen einzigen Abluftventilator angeschlossen sind, regeln modulierende Klappen unabhängig voneinander die Absaugleistung jeder einzelnen Haube, was zu erheblichen zusätzlichen Einsparungen führt. Mit Performer und EcoAzure bietet Ihnen Ginox das effizienteste System auf dem Markt und katapultiert Ihre Lüftungsanlagen in eine neue Ära der Kombination von Komfort, Wirtschaftlichkeit und Ökologie.